Hallo und herzlich willkommen bei EPIC. Heute für euch das HERA H6. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der Jagd und Hund in Dortmund haben wir es euch ja bereits vorgestellt und jetzt nochmal im Detail als Studioaufnahme der neue Repetierer von HERA Arms. Den meisten von euch ist HERA wahrscheinlich bekannt als Hersteller von halbautomatischen Langwaffen in den Kalibern 9mm, 223 und 308 hauptsächlich und nun auch als Hersteller von Repetierbüchsen. Besonders interessant sind die natürlich, weil sie schön leicht sind für den Jäger, aber auch für den Sportschützen aufgrund der Präzision, die hier verbaut ist, die auch ein großer Anteil an der Kooperation ist zwischen Föhre-Präzisionstechnik aus Kufstein und HERA. Also eine Fusion von österreichischem System und der Ingenieurskunst aus Bayern. Das HERA H6 stellt eine Fusion aus AR-15 und Repetierbüchse dar. Bei den meisten Waffen, bei denen das so angewandt wird, befinden sich die AR-15 kompatiblen Teile eher im Heck der Waffe. Hier ist das nicht so, hier befindet sich es eher im vorderen Teil. Und zwar im Besonderen in der Verwendung eines AR-15 Handguard, hier in der Generation 4 und ganz besonders in der Verwendung von AR-Pattern Magazinen. Beginnen will ich allerdings mit dem Hinterschaft. Hierbei handelt es sich um den Polymerschaft, der schon von der HERA H7 bekannt ist, mit seiner Gummischaftkappe und einer aufgeschraubten Wangenauflage. Die Länge des Hinterschafts ist variabel, jetzt nicht fein justierbar, aber im Lieferumfang ist ein Spacer mit dabei. Den könnt ihr hier einsetzen, sodass dann der Schaft nochmal um ungefähr 12 mm verlängert wird, wenn ihr jetzt besonders lange Arme hättet zum Beispiel. Hier verbaut, ganz neu, ist das Klappschaftmodul, das hier durch einen Druckpunkt ausgelöst wird. Den drücke ich einfach rein und kann den Schaft abklappen. Ich kann das Modul auch umdrehen, dann klappt der Schaft nach vorne weg und schließt dann hier in der Öffnung sogar den Kammerstängel ein. Dadurch ist der Transport von der Waffe sehr, sehr angenehm und dann ist sie auch nur noch 76 cm lang, also lässt sich super verstauen, gerade wenn ich sie einfach bei einer Revierrunde mal zum Beispiel auf den Beifahrersitz schmeißen will oder in den Rucksack packen will. Dann habe ich wirklich ein schön kompaktes Gerät, das aber auch trotzdem schnell in Einsatz zu bringen ist. Der Klappschaftadapter, der kann auch rausgenommen werden, dann verringert sich die Länge des Schafts um 12 mm, allerdings fehlt mir dann natürlich die Klappschaft-Eigenschaft, was halt dieses Paket hier gerade so ein bisschen tricky macht. Die Gesamtkonstruktion des Polymerteils ist eine Zwei-Schalen-Konstruktion. Das heißt, das System, das von Förde geliefert wird, wird eingeschlossen zwischen zwei Kunststoffhälften. Wir kennen das zum Beispiel vom AI, vom G22-System. Und dadurch ist das Ganze schön leise, wenn man mal irgendwo rankommt oder was. Man hat keine Probleme damit, dass sich Reibstellen bilden am Metall, dass dann irgendwas zum Rosten anfängt oder so. Sondern das ist auch wirklich ein bisschen so ein Sicherheitsaspekt, was ganz nett ist und es ist halt wirklich formschön. Oben auf dem System mit vier Torx-Schrauben verschraubt, befindet sich eine eloxierte Aluminium-Picatini-Schiene mit durchgehendem Profil. Dieses Profil wird dann fortgesetzt auf dem Handguard. Hier ist das der neue AR-Handguard in Generation 4. Und auch neu ist hier auf 12 Uhr der eingesetzte Nutenstein, der eine exakte Zentrierung und Fluchtung der beiden Picatin-Schienen von System und Handguard gewährleistet. Auch neu ist das Fixiersystem, das jetzt über zwei Nutensteine gelöst wird mit leicht schrägsitzenden Gewinden, dass wenn ich jetzt die Halteschrauben anziehe, dann zieht sich der Handguard richtig fest aufs System. Das wird auch in der neuen Generation bei den AR-Systemen genutzt werden, aber hier ist es jetzt erstmals verbaut. An dem Aluminium-Handguard findet ihr auf 3, 6 und 9 Uhr M-Lock-Pattern-Slots, die ihr einsetzen könnt fürs Anbringen von zum Beispiel Frontgrips oder wie ihr hier seht von einem Zweibein. Auch interessant ist das natürlich zum Beispiel fürs Anbringen von einer AK-Schiene. Wenn ihr auf der Jagd seid oder wenn ihr zum Beispiel sportlich gerne mal vom Tripod schießt, könnt ihr da diese Universalschnittstelle anbringen und damit einwandfrei auf eurem Kugelkopf vom Tripod montieren. Auch neu konstruiert sind am Handguard der Generation 4 die QD-Slots. Die sind jetzt nicht mehr als Aluminium-Buchsen ausgeformt, sondern aus Werkzeugstahl und diese werden dann eingesetzt mittels eines Gewindes und darin verklebt. Und die Gegenstücke dazu findet ihr am Hinterschaft auch beidseitig. Das heißt, ihr könnt relativ traditionell euren Sling befestigen, hier hinten über die Slotaufnahmen oder praktisch natürlich über die QD-Slots oder ihr könnt das auch mischen, je nachdem wie ihr wollt. Viele tragen das ganz gerne, schlingen jetzt praktisch hier hinten ihren Sling durch und fixieren den dann und tragen dann auf der gegenüberliegenden Seite einen QD-Slot. Dadurch kann man die Waffe schön kompakt vor der Brust tragen und die zieht sich selber fest. Das bleibt aber durch diese Konfiguration wirklich dem Benutzer überlassen. Die verfügbaren Kaliber des H6 beruhen alle auf dem 223-Stoßboden, da sich das hier, wie ich schon erwähnt habe, um ein Minisystem handelt. Das heißt, angeboten werden hauptsächlich 223 und 300 Blackout in der Zukunft, worauf ich schon besonders gespannt bin. Und auch für den französischen Markt die 222 Remington. Das heißt, der Stoßboden ist dasselbe. Die 222 Remington wird in Frankreich deswegen benutzt, weil die ein bisschen ein Problem haben mit der Benutzung von Militärpatronen, jetzt vor allem im Jagdbetrieb. Das ist da nicht so gern gesehen, teilweise sogar verboten. Aber HERA ist uns ja allen bekannt für ihre Flexibilität und darauf die Rufe vom Markt auch zu berücksichtigen. Also für Frankreich wird die Waffe in 222 erhältlich sein und auf Anfrage bestimmt auch auf dem deutschen Markt, wenn man sich das wünscht. Der Lauf kommt auch von HERA, also wird im Haus bei HERA gefertigt. Der ist jetzt in dieser Version hier brüniert und besitzt ein Standard 1,5 x 28 TPI Gewinde, auf das ihr dann eure Mündungskomponente aufschrauben könnt. Standardmäßig wird die Waffe ausgeliefert mit dem A2 Birdcage, Mündungsfeuerdämpfer. Aber da wird es auch von HERA das Link-System geben. Da handelt es sich um eine Bohrlock-kompatible Mündungsbremse, auf die ihr dann eure Schalldämpfer mit dem mittlerweile schon fast Standard gewordenen Bohrlock-System aufsetzen könnt. Auch im Bereich Schalldämpfer wird von HERA was kommen in Zukunft. Da bleibt auf jeden Fall am Ball. Wir werden euch da berichten. Der 18 Zoll messende Lauf mündet in dem Föhre S16-System, das von der Bedienung ganz einfach wie ein normales Repetiersystem ist. Der Verschluss verfügt über zwei Verschlusswarzen und läuft sehr ordentlich und angenehm in seiner Gleitbahn. Zerlegt werden kann die Waffe am einfachsten, indem ich den Hinterschaft leicht abklappe, öffne den Kammerstängel. Hier auf der linken Seite befindet sich ein Druckknopf, eine Verschlusssperre. Den drücke ich ein und entnehme einfach den Kammerstängel gerade nach hinten. Will ich den Kammerstängel wieder einsetzen, setze ich ihn einfach mit den Verschlusswarzen relativ waagrecht in seine Gleitbahn, wiggle ein bisschen links und rechts und kann einfach den Verschluss schließen und schon ist das Teil wieder zusammengesetzt. Das ist auch tatsächlich alles, was ihr machen müsst, um die Waffe handeln zu können und um da die Waffe auch pflegen zu können. Durch die Eloxalbeschichtung vom Aluminium, durch die sehr ordentlich ausgeführte Brünierung und auch durch die Kunststoffteile ist das hier wirklich ein alltagstaugliches Gerät, sowohl für Sport als auch für die Jagd. Und da muss ich mich wirklich nicht mordsmäßig drum kümmern. Das Einzige, was man vielleicht zum Korrosionsschutz mal machen könnte, wäre, dass man hin und wieder den Handguard vorne abnimmt und das mal mit einem Öllappen abreibt. Aber ansonsten, wenn man ein bisschen sorgsam damit umgeht, hat man wirklich sehr, sehr lange Freude an dem gesamten Waffensystem. Besonderes Augenmerk möchte ich auf die Sicherungen der H6 richten. Und wie ihr vielleicht schon gerade gehört habt, Sicherungen. Wenn die Waffe gespannt wurde, befindet sich hier über diesen kleinen Knopf bedienbar eine Schlagbolzensicherung. Diese Sicherung kann ich mit ein bisschen Übung und ein bisschen Kraft im Daumen einlegen. Und das geht sehr, sehr lautlos und hebt sowohl den Schlagbolzen als auch das Schlösschen von der Rast ab. Der Schlagbolzen und das Schlösschen sind dann durch ein Stahlteil gesichert. Das heißt, die Waffe befindet sich in einem sehr, sehr sicheren Zustand. Das heißt, selbst wenn sie mir jetzt runterfallen würde oder, was weiß ich, ich damit durchs Gebüsch muss oder auch mal gehen, kriechen und gleitend mich fortbewegen muss, kann da tatsächlich nichts passieren, weil einfach das gesamte System in einem sich so sicheren wie möglichen Zustand befindet. Zusätzlich zu dieser Schlagbolzensicherung wurde hier auch noch ein sogenannter Fingerguard verwendet. Das heißt, ich habe eine zweite Sicherung, die hier über den Zeigefinger zu betätigen ist. Die kann ich auch umbauen, sodass es für einen Linkshänder verwendbar ist, indem ich diesen kleinen Pinökel rausschraube und auf die andere Seite setze. Funktioniert ganz gut, weiß ich, bin selber Linkshänder, also ist von der Bedienung her sehr, sehr angenehm. Aber ich selber bin immer kein Fan von unabhängig funktionierenden Sicherungssystemen, da aus meinem dienstlichen Aspekt her, von früher in geraumer Vorzeit, ich die Erfahrung gemacht habe, dass durch eine Übersicherung eines Waffensystems die meisten Unfälle passieren. Verlasse ich mich jetzt auf beide Sicherungen, kann ich die Waffe nicht in den Einsatz bringen. Verlasse ich mich nur auf eine der beiden Sicherungen, vergesse ich vielleicht die andere. Verlasse ich mich jetzt darauf, dass der Fingerguard eingelegt ist, aber der Schlagbolzen ist nicht gesichert. Ich habe einfach immer das Problem, dass ich keinen klar definierten Sicherungszustand habe. Wie gesagt, ich persönlich finde den Fingerguard gut, weil er ja auch mir ein haptisches Signal gibt. Also wenn die Waffe gesichert ist und es ist finster draußen oder ich konzentriere mich gerade auf das Wild am Horizont und lege den Finger auf den Abzug, dann merke ich sofort durch die Berührung dieses Fingerguards, dass die Waffe gesichert ist. Wenn ich allerdings den Fingerguard weglasse und mich auf das Trainieren der Schlagbolzensicherung ein bisschen verlege, dann kann ich wirklich sehr, sehr leise agieren. Das kriegt auch nicht der vorsichtigste Fuchs mit, wenn ich jetzt hier die Sicherung löse und dann habe ich einfach nur diesen wunderbaren, wirklich super eingestellten Druckpunktabzug mit seinem klaren Vorzug, seinem wirklich toll eingestellten Druckpunkt und kann meinen Schuss auslösen. Ab da ist es eh egal. Ich repetiere, lege meine Sicherung wieder ein und bin bereit für den nächsten Schuss. Da möchte ich wirklich allen Benutzern ans Herz legen. Trainiert mit der Schlagbolzensicherung, nehmt die sichere der beiden Sicherungen in diesem Falle und verwendet hier diese mit dem Finger, mit dem Zeigefinger bedienbare Sicherung nur im äußersten Falle, aber lernt eure Waffensysteme und das gilt für alle Waffensysteme, die ihr benutzt, lernt die zu hantieren und vor allem sicher zu hantieren. Die Verwendung von AR-Magazinen haben wir ja schon angesprochen. Interessant ist die Ausformung des gesamten Magazinsystems und des Magazinschachts. Das, was wahrscheinlich jedem auch hier schon im Hintergrund aufgefallen ist, ist, dass der Magazinschacht seitlich angebracht wurde. Als wir die ersten Bilder des H6-Projekts bekommen haben, haben wir uns natürlich gedacht, was haben die sich wohl dabei gedacht, ne? Aber auf der Jagd und Hund ist uns das auch erklärt worden und wir konnten das ein bisschen ausprobieren und das ist eigentlich eine ganz clevere Angelegenheit. Natürlich ist man zuerst mal gewohnt, vor allem als AR-Benutzer zum Beispiel, dass sich das Magazin unten direkt vor dem Abzugsbügel befindet. Aber der große Vorteil an diesem seitlich angebrachten Magazin ist eben, dass dieser Bereich hier ebenso in dieser ganz flachen Kontur ausgearbeitet ist. Das heißt, bin ich jetzt auf einer ganz engen Kanzel oder einer ganz engen Leiter, dann kann ich die Waffe im Grunde direkt vor dem Abzugsbügel unterstützen, zum Beispiel auf meiner Armlehne und könnte dadurch sehr, sehr steil nach unten schießen. Was zum Beispiel für einen Waldjäger, der auf verhältnismäßig kurze Distanzen jagt, natürlich von großem Vorteil ist, weil da tatsächlich das Wild einfach mal direkt unterm Hochsitz auftauchen kann. Des Weiteren ist es natürlich angenehm, wenn ich jetzt mich auf der Pirsch befinde, habe jetzt zum Beispiel kein Zweibein dran, sondern muss einfach mal die Waffe auf einem Baumstamm oder auf einem Rucksack oder so auflegen. Dann habe ich wirklich die gesamte Länge der Waffe zur Verfügung, um sie zu unterstützen. Ich kann meine Hand ein bisschen vorne drauflegen, habe eine ganz sichere Ausgangsbasis zum Schießen und mit wieder ein bisschen Training ist wirklich dieser seitliche Magazinschacht einwandfrei zu bedienen. Das sieht man einfach hier, man greift einfach nur intuitiv an die Seite, entnimmt sein Magazin, kann im Liegen einfach nur das Magazin einsetzen. Man muss die Waffe nicht drehen, da man einfach den Magazinschacht im Anschlag im Blick behalten kann. Und dann einfach entweder ich jetzt als Lefte hier mit dem Daumen, da kommt es ja immer der linke Daumen, weil es ja auch Rechtshänder haben linke Daumen. Also das ist wirklich von der Bedienung her relativ simpel und funktioniert einwandfrei. Auch sehr interessant und vor allem unserer Meinung nach ein cooles Gadget an der ganzen System-Magazin-Konfiguration ist, dass wenn das Magazin verschossen ist, so wie hier in diesem Fall, ist ja keine Patrone drin, öffne ich meinen Verschluss, und das Magazin fängt dann den Verschluss in hinterster Stellung. Das heißt, ich merke auch, wenn es jetzt finster ist zum Beispiel, dass im Magazin sich keine Patrone mehr befindet. Ich entnehme mein Magazin, stecke ein Volles rein, kann dann wieder repetieren und kann weiter meine Jagd ausüben. Ein weiterer richtig schöner Aspekt am gesamten H6 ist, dass ich sie nach meinem eigenen Gusto gestalten kann. Die Polymer-Teile sind erhältlich, wie ihr hier seht hinter mir, in Olivgrün, in Sandfarben und in Schwarz. Des Weiteren kann ich natürlich alle AR-15 Handguards verbauen und auch die Möglichkeit besteht natürlich, den HERA Handguard mit dem Lederhandschutz zu montieren, so dass es beim Einsatz im Winter zum Beispiel nicht so kalt an der Platzen ist. Und genauso wird es auch hier für den Pistolengriff einen Aufsatz geben, der mit einem Lederband umwickelt werden kann. Dadurch sieht die ganze Waffe natürlich wesentlich traditioneller aus, was für viele Jäger ja nach wie vor ein Aspekt ist, vor allem der älteren Generation. Wenn ein Jungjäger mit einem H6 auf die Jagd kommt, schauen sie ihn vielleicht ein bisschen schief an. Aber sobald da ein bisschen natürliches Material dran ist, ist das Ganze wesentlich lieber gesehen im heimischen Revier und man tut sich da viel leichter mit der Verbrüderung und auch natürlich so ein neues, relativ modulares System mal vorführen zu können. Unser Fazit zum HERA H6 ist ein bisschen ein gemischtes. Es handelt sich hier um ein zukunftsweisendes System mit einer Mischung aus Polymer und Aluminiumteilen. Allerdings muss aufgrund der neuen Technologie, also mit dem seitlich angebrachten Magazinschacht und dieser Sicherungskonfiguration, so wie sie hier verbaut ist, muss natürlich etwas Training aufgewandt werden, um mit der Waffe schnell und sicher und auch weitgerecht umgehen zu können. Die HERA H6 und das Zubehör dazu bekommt ihr beim HERA Händler eures Vertrauens. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem doch recht eigenartigen, aber coolen System, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare und wie immer Like, Abo und Glocke. Wir würden uns freuen. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.